Ich mag es Mädchen zu umarmen. Man kann ihre Büsen spüren auf seinen Brust. HALT'S MAUL! Danke, dass ihr hier wart, Leute. Es hat Spaß gemacht. Ja, passt recht. Bis dann, John. Und, äh, schön, dich kennst du Lembery. Oh, scheiße, will er mir jetzt die Hand schütteln oder mich umarmen? Hat er gesehen, wie ich John umarmt habe? Und denkt er jetzt, ich wäre einer von diesen Typen, der jeden umarmt? Ich meine, ich hab ihn eben erst kennengelernt. Ich sollte die Hand zum Händeschütteln reichen, bevor es zu spät ist. Warte, er schreckt beide Hände aus. Er will mich umarmen. Okay, ich umarme ihn. Nein, doch nicht. Ich glaube, es ist sein Händeschütteln. Oh, es tut mir leid. Ist Ihnen auch schon so etwas ähnliches passiert? Keine Sorge, ich bin da, um zu helfen. Abgesehen von der Morgenlatte kann das Umarmen die stressvollste und verwirrendste Sache sein, die sich ein Mann täglich stellen muss. Aber mit meinen nützlichen Tipps wird eine peinliche Situation aufgrund einer Umarmung der Vergangenheit angehören. Die Anleitung von Typen um Typen zu umarmen! Die erste Sache, welche Sie nicht vergessen sollten, ist nur Typen zu umarmen, die ihrem engsten Freundeskreis angehören. Drei einfache Wege, um herauszufinden, ob sie zum engsten Freundeskreis eines Typen gehören sind, wenn sie um den letzten Kartoffelschip kämpfen. Nimm du ihn einfach. Nein, du nimmst ihn. Warum teilen wir uns ihn nicht einfach? Oder wenn sie zufälligerweise dasselbe Shirt tragen. Ja, das ist mein Shirt, das du trägst. Oder wenn sie aus Versehen seinen Penis gesehen haben. Zweimal. Ich hab dir gesagt, dass ich den Helikopter kann! Eine weitere Sache, die sie nicht vergessen dürfen, ist, dass ihre Umarmungsdauer stets im minimalen Bereich bleibt. Wenn sich zwei Männer umarmen, darf sich bei ihnen untenrum nichts anstauen. Wenn sie trödeln, wird die Situation eventuell unbehaglich. Aber vergessen sie die Sache mit den Händen nicht. Wenn sie auf den Rücken eines Mannes klopfen, während sie ihn umarmen, sagen sie ihm damit, du bist ein guter Freund, aber komm nicht auf falsche Gedanken, Digga! Wenn sie ihre Arme fest umklammern, sagen sie ihm damit, du bist ein wirklich guter Freund und ich weiß, dass wir uns nicht voneinander angezogen fühlen. Wenn sie ihre Hand anstrengen und ihn zu sich ziehen, sagen sie ihm damit, F*** mich! F*** mich gleich hier! Sofort! Die meisten ihrer Hetero-Freunde würden das nicht begrüßen. Ich will nach Hause gehen! Und je nachdem, wie hässlich sie sind, würden es sogar einige ihrer schwulen Freunde nicht mögen. Äh, träum weiter, Schlampe! Jetzt, da sie wissen, wie sie ihren Kumpel richtig umarmen, sind hier einige Umarmungen, die sie niemals tun sollten. Das von der Seite umarmen! Das Lücken umarmen! Das Spider-Man umarmen! Das Man-Spider umarmen! Das Bein umarmen! Das Arsch umarmen! Das Arsch umarmen! Und letztlich niemals nackt umarmen! Erlauben Sie es mir zu demonstrieren! Kinder-Sender! Oh Scheiße! Nun, unsere Zeit für heute ist schon wieder um! Schalten Sie nächstes Mal wieder für eine Anleitung von Typen um Typen zu löffeln! Bye! Halt's Maul! Okay T-Bone! Das heißt Daddy! Okay, okay Big Daddy! Vielen Dank fürs Abonnieren! Will jemand umarmt werden? Äh, irgendjemand? Oder irgendwer, bitte? Ich bin so alleine! Jaja! Schjas1000 Kaiser Vielen Dank.